Oh! Oh, yes, yes! Oh! Oh! Oh, God! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kinknard, Chain of Memories, mit dem abgekommen zu meiner Wendigkeit. So, wir gehen weiter. Warte mal, da ist dieses komische Tor, da kann ich nicht rein. Wie gehen wir hier rein? hier war das hier war der boss ich hab noch eine karte ja ich will doch noch dann fick dich oh 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 oh... meins... meins... bisschen weg NEI nah Schade naja das guck mal auf die karte Weltkarte, wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Okay, jetzt muss ich zurück, zurück, zurück und dann rüber. Okay. Ich kann schon wieder auf das Kurve. So. Geil, eine Special Karte. Ach, eine 3 nur. Scheiße. Oh, die ist gut. Na ja, passiert, passiert. Oh, Punkte, 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 Punkte. Gut. So, wollen wir mal. Die Grüne brauche ich. Die brauche ich nicht. Oh, da muss ich wieder von dem Motto weg, von Scheiß. Und zack. Hey, sieht dir das an. Das ist ja... Das ist Jasmin. Sie brauchen unsere Hilfe. Sie brauchen unsere Hilfe. Wir werden es niemals rechtzeitig schaffen. Dann habe ich keine Wahl. Genie, ich wünsche mir, dass du Jasmin rettest. Geht klar. Ja, Attacke. Ja, Attacke. Jasmin. Klick gehabt. Sie ist ohmachtig. Sie sieht aber aus, als ging es ihr gut. Ja, jetzt hast du aber bloß noch einen Wunsch übrig. Das ist dein letzter Wunsch. Verschwende ihn nicht. Diesmal können wir uns umgehen. Und das Wunsch erfüllen. Jetzt penetrieren wir die Boys. Ich will die Scheiß-Karte haben. Okay. Hier, friss. Scheiße. Scheiße. Oh, und in der Karte. Äther. Oder Äther. Siehst du, diesmal brauchen wir Genie gar nicht. Danke, sorry. Jetzt habe ich also nur noch einen Reihenwunsch frei. Was in aller. Huch, was ist hier los? Äh, was ist hier los? Oh nein, die Lame. Sie ist verschwunden. Hmm. Sieht aus, als wären meine Pläne gescheitert. Ich war mir sicher, du würdest deinen letzten Wunsch vergeuden. Schießt, weil er es mir in Gefahr und ist geil, die Herzen zu bekämpfen. Aber egal. So oder so. Ich bin jetzt der Herrscher über die Lampe. Warum tust du das, Jafar? Ich habe dir die Lampe gebracht, um die du mich gebeten hast. Rühre nicht mich auf den Arm zu nehmen. Junge! Du wolltest mir die Lampe, du wolltest die Lampe Jasmin gewinnen. Was? Das schlechte für eine Scheiße. Du wolltest mit der Lampe Jasmin gewinnen. So. Aber das können wir nicht zulassen. Ich bin derjenige, der Jasmin heiraten wird. Aber du bist so alt! Insider. Du! Wenn ich Prinzessin Jasmin heirate, hältst du mich nichts mehr davon ab, König von Agrabah zu werden? Du bist nichts weiter als ein Bauer in meinem Spiel, du kleiner... Was? Du kleine Kanalratte. Geist zu meinem ersten Wunsch. Bring mir Jasmin hier her. Genie, was machst du da? Tut mir leid, Al. Wir sind durch ihn die Hände gebunden. Ich habe den... Ich habe demjenigen zu gehorchen, der seine Flossen in der Lampe hat. Ex-Satz, lebe wohl aller den Dunar. Na super, jetzt habe ich das mir verloren und die Lampe. Du hast spiel nach Zeit, dich schlecht zu fühlen. Nimm dich nicht zusammen, in dem wirst du Jasmin die wiedersehen. Du hast die Lampe verloren, na und? Du kannst sie immer noch selbst retten. Niemals zu verlieren, der sich... Der, die wichtig ist, ist schlimm. Ihn wieder zurückzubekommen, ist schlimmer. Sura... Penis. Du hast recht, ich darf jetzt nicht aufgeben. Ich werde jetzt mehr retten. Aber schon, war die Lampe. Die können nicht einfach zu ihnen gehen und hoffen zu gewinnen. Vielleicht doch, ich habe da eine Idee, hör zu. Schlüssel der Wahrheit. Aber schon ging ich noch vor, gewinnen. Ich brauche viel Level. Ich brauche auch nicht mal so viel für ein Level. Da würde ich sagen, ich mache erst mal das scheiß Level voll. Ich mache es mal das scheiß Level voll. Da geht es, da geht es komplett. Nee, okay. Nee, da geht es komplett zurück. Warte mal, ich muss das Level voll machen. Und dann... Schauen wir mal weiter. Was man... Was ich so zaubern kann, wa? Die Punkte sehe ich natürlich mit voller Begeisterung ein. Ich glaube hier ist sein Boss. Wollte ich sagen, ich wandle die friedliche Kiste um. Königsanhänger. Okay, ich kann dagegen schlagen. Ich würde sagen, da wandle ich die friedliche Kiste um. Ich würde sagen, 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 ich so was haben wir denn hier eine 5 die habe ich keine chance stünde das stunde der kämpfe warte mal ich mache das hier ich mache herzlose ich brauche ja eh nur ein paar ich brauche eh nur 100 stück oder so 100 fahrungspunkte die krieg ich locker zusammen auch nö du sackfalte scheiße wir müssen zusammenkommen die müssen zusammenkommen auf jeden fleck ach dann fick dich doch genauso will ich das scheiße in der neuen kombination brutale entfesse eine mächtige dreier schlagserie auf den gegner drei einkaufskarten unterschiedlichen typs gesamtwert okay scheiße wieviel brauchen wir das nächste level tausend scheiße am arsch okay dann muss ich das so machen scheiße hätte dann können dass ich jetzt noch ein move krieg hier hier vier hier joh ja joh Geil, oder? Der hat einfach alle rasiert, der Typ. Geil. Der Typ hat einfach alle rasiert. Wüstenräuber. Guck, was macht die? Wüstenräuber. Macht normale Angriffe so stark wie Kombu-Abschlüsse. Macht normale Angriffe so stark wie Kombu-Abschlüsse. Oh, shit. 10 bis 15 brauche ich. Scheiße, ich habe Genänser mehr drin. Ach doch, hier. Mal kurz nachzählen. 13, 14. 14 sind das. Okay. Lass den mal ausprobieren. Komm her. Brutalo. Geil, oder? Er hat krass penetriert bei mir, Jungs. Hier, friss. Oh, cool. Ich habe schon, äh... Böller. Die Böller-Wampa habe ich jetzt. Krasse Boy, die Böller-Wampa. Krasser Boy. Wo sind die? Hier. Welch Schaden greift man Gegner von hinten an? 40. Nein, es sind schon ein paar gute Karten dabei. Es sind schon ein paar gute Karten dabei. Ich weiß ja jetzt schon ungefähr, welche, ähm... Ja, sie haut schon rein, die Attacke. Hier, kann man... Scheiße. Okay. Yeah. So, aus würde ich doch haben. Okay, der habe ich... Fick dich. Oh nein, ich habe es zu früh gemacht. Ich habe die noch gerade so gekriegt, die... die Karte. Danke. Hier, friss. Yes. Noch so eine geile Karte. Hmm, Zucker. Das war die gute... Achso, hier ist schon der Boss. Also, ich bin gar nicht... Ich bin gar nicht falsch. Bin ich bereit für den Boss? Ich habe keine Ahnung. Boah, ich kriege das witzige Hände, ey. Ich muss mal kurz... Ich kann eh keine Karten mehr werden reinnehmen. Komm, wir gehen einfach rein. Okay, los geht's. Was ist denn... Das? Hat er Ihnen seine... kostbaren Jasmin schon aufgegeben? Für... eures Gleichen werde ich keine Wunsch vergeuden. Weil ich komme mich auch alleine klar. Halladin, jetzt! Was du? Geist! Schnapp ihn dir! Äh, verzeih mir. BÄM! Uff! Du bist darauf reingefallen, Jaffar. Wie meinst du das? Er meint, dass du gerade deine zweite Wunsch verspielt hast. Bleib bloß noch einer. Komm schon, nutze ihn, um Jasmin Herz zu gewinnen. Aber mit uns musst du es auch noch aufnehmen. Ach so, jetzt verstehe ich. Äh, du bist so clever. So, 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 dann ist eine... Die List einer Ratte. Aber leider kannst du nicht über deinen Tellerrand hinaus sehen. Du, dein kleiner Trick... Äh, ändert gar nichts. Ich kann dich ein für alle mal vernichten und das mitbekommen. Geist, mein letzter Wunsch. Verwandle mich in einen allmächtigen Lampengeist. Es ist zu heiß. Das muss Jaffars Werk sein. Scheiße. Oh, fick dich ins Knie, Alter. Ja, ne, ist klar. Kacke, das war ein Simo. Blöder Wichser. Oh, scheiße, den... Den scheiß Fight. Oh, leck. Ich scheiße, den Fight, ey. Der ist so kacke. Oh, Mann. Du blöde Fotze. Sechser, okay, weg. Bringt nichts gegen den. Oh, fuck. Komm hoch! Alles nach oben, bitte. Kleiner Bastard. Die bringt mir so einen Scheiß hier. Oh, leck. Oh, fick. Oh, Mann, du kleiner Bastard. Was kommt denn da hoch? Ach ja, ich liebe diesen Kampf. Ich liebe diesen Kampf. Der ist geil. Ich hätte mich mehr informieren müssen. Scheiße, die ganze Nice-Attacke rausgenommen. Die Schaffens-Knie-Bastard. Oh, fick. Oh, Mann, ich hasse diesen Typen. Das ist eine richtige Missgeburt. Scheiße, die bringt mir so einen Scheiß. Ich komme da hoch. Ich komme da hoch. Ich komme da hoch. Jetzt. Du, Hurensohn. Kartenstich. Hoch, hoch. Los, 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 los. Oh, scheiße. Scheiße, der Boss, der ist scheiße. Oh, leck. Oh. Hoch. Hoch. Das ist so belastend, der Typ. Oh, fick dich das Knie. Du Haufen Scheiße. Oh, nein. Du Bastards, herkommen. Oh, scheiße, dieses beschissene Iago. Ich komme da hoch. Ich könnte schon, aber ich würde nochmal sicher gehen. Dass ich auch wirklich treffe, wenn ich dort hochgehe. Och, nein. Klinge anpassen. Oh, nö, 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 nö. Hoch. Danke. Pisser. Oh, blüder Wichser. Jetzt. Komm, 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 wir haben doch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Dann haben wir den gebankt. Was kommt, was kommt? Ein Sechser, okay, abhauen. Komm, noch ein Sechser. Oh, fick dich das Knie. Ja! Penetriert den Boy. Wir haben ihn penetriert. Geiler Shit. Schau vorbekommen. Oh, fuck, Alter. Mann, der Kampf ist nervig. Das wäre es also, da, das wäre also erledigt. Ja, Jasmin ist gerettet und wir haben auch die Lampe wieder. Hey, Aldin, hast du nicht noch einen Wunsch übrig? Natürlich hat er das. Nun ist er aber an der Zeit, endlich einen Prinzen aus ihm zu machen. Natürlich wäre ich gern frei, aber, wie heißt es doch, Lampengeist haben keine Wahl. Ihr nehmt mir, was? Ihr nehmt mir wohl auch die ganze Sache mit Jafar und dem Meister. Und mit dem Meister wechsel übel. Mach schon, er erfüllt deinen Herzenswunsch, wer der Prinz. Schnapp dir das Mädchen. Okay, hier kommt's. Ich wünsche mir Freiheit für Genie. Aber er! Nun kann dich keiner mehr für seine bösen Absichten nutzen. Äh, benutze Absichten nutzen wie Jafar. Genie, du bist frei. Äh, das werde ich dir nie vergessen. Aber was ist mit Jasmin? Was willst du tun? Äh, was ist zu tun? Ich hatte Unrecht, Genie. Wenn ich deine Hilfe angenommen hätte, um Jasmin zu gewinnen, wäre ich kein deutlich besser gewesen als Jafar. Jasmin bedeutet mir alles. Ich möchte dir zeigen, wie ich wirklich bin. Das ist die richtige Einstellung. Danke, Sora, und viel Glück. Wofür? Wohin, als ich bereit war, aufzugeben, hast du gesagt, du mich aufgemordert hast. Das wurde es mir klar, dass du auch jemanden verloren... Was? Da wurde es mir klar, du hast auch jemanden verloren, der dir sehr wichtig ist. Stimmt. Bro. Du, Genie, ich spare dir deine Worte, kleiner. Ich weiß genau, was du denkst, für dich. Was du denkst, für dich, Sora. Jetzt kann ich den Genie nutzen. Wann immer du mich brauchst, ruf mich einfach. Einverstanden, R? Klar. Bist du dir sicher? Äh, bist du sicher? Klar doch, ey, ohne euch wäre ich die Sabe niemals verlost geworden. Außerdem denke ich, dass Aladin uns sehr gut alleine klar kommen wird. Wow, vielen Dank. Dann können wir nun hoffen, dass unsere beiden Menschen wahr werden. Mach's gut, Sora. Genie erhalten. Yeah. Wie könnt ihr Genie rufen? Ist das nicht geil? So, aber jetzt werde ich den Putt beenden. An der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht irgendwas sinnvolles. Denn das war... Kinkenhearts. Shade of Memories. With some copycats. Meine Mensch, Kat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht irgendwas sinnvolles. Yay.